Was du sehr geschah bei The Forest Was du sehr geschah bei The Forest Was du sehr geschah bei The Forest Let's go Oh Gott, oh Gott, oh Gott Ich habe schon erzählt, dass mein Headside ein bisschen kaputt ist Was mein Kopf höre Ist er runtergefallen? Ja, hier oben siehst du es Ich sehe dich doch nicht Ich weiß noch Ich habe es ja gerade den Zuschauern gezeigt Oh, ein bisschen dunkel Was ist er? Ja, das ist äh Ne, beim Absetzen ist das ein bisschen oben gebrochen Oh Ich will das wieder mit Sekundenkleber oder Heißkleberpistole oder irgendein Scheiß wieder zu Ich habe jetzt gerade mal so einen Kleber nach oben gebrochen Das ist, weil das so einen dicken Schädler ist Ja Da ist eine Wand mit Kreuzen Äh Okay Lass mich schauen Ja Alter, ist das laut Woll die Kreuze, schau mal, die hängen da in der Luft Ja, mir nicht, da ist ein bisschen vorne gefahren, Alter Okay Okay, es geht weiter Da geht ein Seil nach unten Ich höre irgendwas knurren hier Ich höre was weinen Ich höre so Ja, irgendwie sowas Ganz komisch Was ist das? Oh Das und noch viel mehr erfahrt ihr in drei Wochen, wenn wir weiterspielen Nein, wir schmarrn Oh 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 Was? Hilf mir doch mal Ich habe so eine krasse Musik Der war auf einmal hinter mir, ey Der schnauft noch Der schnauft noch Oh Ah Okay Oh Gott Scheiße Ich habe gerade so ein Herz, Kasper Lass mich noch alles untersuchen, bevor wir da runter machen Ja Hinten geht es noch weiter, hinten geht es noch weiter, glaube ich Wow Was ist hier los? Hey, hier ist eine Taschenlampe Cool Und ein Kinderriegel Geil Achtung, ich raue mal Null 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 Iiii Iiii Da liegt ein Herz Peppe Das in der Flair ist geil Oh Jaa Ich glaube der liegt doch schon länger Mit Sicherheit Okay Der hat es bestimmt mit Sonnencreme eingecremt Wahrscheinlich Gut Wollen wir da unten? Ja, was kurz Ähm Ich schaue nur schnell wie tief es ist Genau Der Hund Noi Bleibt da stecken Egal, ciao Uiii Tchuuu Äh Ich bin schon unten Da geht noch ein Seil runter Ich dachte gar nicht, was geht ab Egal, nur noch mal Uiii Das ist voll eng der Schacht hier Boah, da ist eine Riesenhülle Ich merke es gerade Hm Der mit seinen Finger glühen bestimmt gerade mega Mit Sicherheit Beziehungsweise die Hände Warte, ich leuchte mal alles aus hier Ne, warte, 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 die Hä? Das ist voll klein hier Nicht, nicht, nicht Eine mache ich mal So klein ist das jetzt auch nicht Okay Das sah so klein aus gerade Gut Da vorne ist Wasser Wo? Hier, Plätscherts Aha Ja, wir brauchen jetzt mal das Tauchgerät und so mit Da! Da ist es! Was? Da ist das Tauchgerät Ja! Wuhuuu! Yeah! Und noch extra Flaschen Nice Dann können wir jetzt gleich direkt rein tauchen Meinst du? Ja! Okay Dann, ähm Hab ich es an? Ja, hab ich Quip Okay, tschau Huiiii Schöne Wasser, ne? Kommst du mit? Ja! Alter, du mit deinen Büschen da, ey Ja, ist das geil Du bist ein tauchender Busch Tauchende Alge Oh, ich hab du es Hier ist überall Wasser Meinst du, ich kann mal hier schnell den Mund aufmachen? Und mal einen Schluck rein lassen? Mit Sicherheit Alter, willst du sowas mal machen hier? So, im Real Life? So Höhlen tauchen? Ja Ja, nur wenn ich wirklich wüsste, wo es hingeht Ne, ich will sowas nicht machen, Alter, jetzt kannst du es vergessen Jetzt schießt viel Panik Gibt echt so, so Höhlen taucher, gell? Du hast richtig in ganz enge Schächte rein Ja Da wo grad so ein Mann, da wo dich nicht umdrehen kannst du nix, weißt? Ja, warum macht man sowas, ey? Keine Ahnung Weil man unbedingt sterben will Also über uns kann man wieder auftauchen Ja, ich muss grad sagen, lass mal hoch Uah Alter, guck mal wie geil das hier aussieht Na ja, Babies Was? Babies Wo? Da rechts, ich hör sie doch Ja, 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 okay, lass, lass raus und... Oh Gott, da sind sie ja Die müssen wir jetzt retten einfach Die machen wir ganz laut, die Jungs Bäh! Ich hatte eins angesprungen Weg mit dir, du ekliges Bäh, bäh, bäh So Ah, hier ist noch Geil Hier ist noch Medizin Boah, was? Was? Das Baby hat mich einmal angesprungen, meine komplette Rüstung ist weg Was? Ich krieg mal nen Schluck Uuh Ben? Hä? Gibt's nen Hasen? Mh... Näh Ich hab den hingelegt, der am Boden liegt der Saubere Boden Ja, ich nehm ihn mal mit Okay, dann gehen wir hier wieder rein, oder? Ja, müssen wir ja fast, ne? Hui Ich bleib jetzt mal über Wasser, solange wie es geht Weil ich weiß nicht, wie weit die Höhlen noch reingehen, dass wir irgendwann keine Sauerstoffflasche mehr haben Ja Gott, ich hab so viele Kanister, ich kann keinen mehr tragen Ich musste sogar einen zurücklassen grad Also hier ist Ende Ende? Ja, hier muss man raus Achso Wow, wow, wow Da ist ein riesen Tor Geil Cool Cool Wo ist Ich mach mal hier ne Fackel Alter Was geht ab? Schau mal, das sind noch zwei Flaschen Wo? Wo? Wir lagen bei mir noch zwei Tauchflaschen rum Woah Was? Oh Da bist du voll abgesoffen grad Guck mal der da Was ist mit dem los? Ja, keine Ahnung Hallo Oh mein Gott Hä? Ähm Interessant Da geht's auf alle Fälle dahinter weiter Was macht der da hier? Tu mir nix Was ist Na, was ist hier? Da kann ich was drauflegen Ich kann das drauflegen Keine Ahnung Stock Ey, du musst was drauflegen, dann geht das runter Oh ja Warte mal, ich hab Steine dabei Ja gut Tu mal, die steckt hier wieder weg Du kannst da so einen Stein drauflegen Ich glaub es ist schon offen, ey Ist schon offen, ja Wir können durch Ja, boah krass Oh Gott Warte, ich schmeiß noch mal so ne Flair vor Was geht zu? Boah, Alter Ist weiter aufgegangen, oder? Hast du noch was draufgelegt? Nee Ich weiß nicht Da sind wieder so Leichen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Hey, das ist ein Loll Das ist ein Zeltl Loll Was machen die da? So sind die also gestorben, oder was? Willst du mich verarschen? So stirbt doch keine Beim Beten vor allem Ja, beim Beten gestorben Amen Sag mal was bei den Zeltlnissen So bleibt doch dein Skeletten entstehen, wenn dir die Haut abfällt, abfaul, oder? Keine Ahnung, vielleicht ist das so verklebt Voll eklig Was gibt's denn hier Gutes? Ein paar Zeitschriften Was zu trinken Cola Vor allem, wir sind die hier reingekommen Oh Gott, noch ein, noch ein Hä? Das hat einen netten Stein in der Hand, der Vogel Ah, guck mal da, da ist die rostige Axt Warte mal Ich hab hier noch so Cool So, so Dinge Wo ist denn die Axt? Hier hinten Hier guck, hier Oh ja Guck mal wie du aussiehst Zeig dir schon mal Geil Aber du Alter Siehst du aus, du hast einen riesen Schlauch im Mund Meinst du so nett? Doch Wow Ja gut Interessant Warte mal, die Taschenlamm geflackert Warte mal, die Taschenlamm geflackert Oh, ich seh's natürlich nicht, was da drauf ist Geil Okay, ähm, hier kann man glaube ich wieder tauchen Echt? Ja, sag mal Geht da nicht weiter hier, oder? Lass mal da vorne gucken noch, was hier ist Hier sind die Zeugen Jehovas Ih Was? Keine Ahnung Was denn? Dach grad da ist was Haben wir vorbeigeschwommen Alle, hier geht's von Runde Oh lol Oh Gott Wie sieht's da hinten aus? Oh shit Das ist ja voll tief hier Ähm, wenn, dieses dunkles Wasser, ne? Ja Wie war das? Ganz geil Ich tauch mal wieder auf Ich tauch mal im Grunde entlang Loll, da kann man auftauchen hier Ist dein Bild auch so verschwommen? Ja Komm mal hoch hier Ja, bin schon dabei, bin schon dabei Da ist ein Seil Oh, meinst du da geht's raus? Weiß nicht, aber ich komm nicht hoch Ich bin hochgesprungen grad Ich bin hochgesprungen grad Sieht so aus, willst du da wieder rausgehen? Ne, 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 da geht's so ein Felskreis raus Aber ich würd sagen, bevor wir da hochgehen, gucken wir nochmal, ob wir da weiter tauchen können, oder? Ja Jo Ne, ist da nix Ganz unten vielleicht Kann man eigentlich irgendwie sinken, ohne dass wir... Ah, ja doch, jetzt Ähm Ne, geht's nicht weiter Ist vergessen Muss mal auftauchen Also Rohr, hoch, oder? Ja Ja, wir sind hoch Okay Eieieieiei Was hängt denn da oben? Ich weiß nicht, ich bin da oben, ich kann das nicht sagen Das sind so Wurzeln Hast du noch was zu essen, da war es so für nicht? Ähm Da liegt ein Snickers Wo? Hier am Boden Neben dem Lagerfeuer Da Ja, das Snickers hab ich auch noch genaust Ja, das Snickers hab ich auch noch genaust Ich hab den Hasen von dir, aber der ist ja nicht gebraten Noll Da muss man tauchen wieder Ja Ja Nein, jetzt kommst du halt nie mehr raus, wenn dir die Tauerflaschen ausgehen Ja Dann ist es vorbei Ja Meinst du, der wechselt dir einfach, wenn du äh Wenn dir der Sauerstoff ausgeht und dann hast du einfach den nächsten Gannister drauf Ich glaub, das muss man selber machen Ich glaub's auch fast Weiß er nicht, genau Meiner ist ziemlich voll noch Ja, mal nach, noch nicht mal drei, vier, vier Naja Also fast drei Viertel jetzt Okay Obwohl es kann fast drei Viertel sein Da, jetzt, noll, da ist ein kleines Loch Was? Naja, oder? Ich bin an der Oberfläche Lol Oh Gott Lol, wir sind irgendwie falsch Das ist Ja, der ist nah bei uns am Haus Oh Den kenn ich doch Oh Was? Lol Toll Ach krasse Okay Ja gut, dann kann man jetzt hier erstmal wieder das Tauchgerät ausziehen, ne? Ja, und die Taschenlampe ausschalten Ja Ich bin Ich würde interessieren, früher Vor einem Jahr, also wie wir mal gezockt haben Konnte man das Tauchgerät anlassen und dann hat man in der Nacht so geleuchtet Ohne dass man irgendwie Batterie verbraucht hat oder was auch immer Okay Könnten wir mal ausprobieren vielleicht das nächste Mal Gut, ähm, wo ist unsere Hütte? Ähm, irgendwo in die Richtung Ich glaube, da zu weisen fahren müssen wir Ja Da ist der Lox nicht Cool, das machen wir jetzt schönes Also ich brauche auf jeden Fall wieder Knochenrüstung Ja, und wir müssten halt auch wegen dem Update die Bäume wieder abholzen, die was alle wieder nachgewachsen sind Oh, das tut so fuck Ja Die sind gar nicht weit weg, geil Ähm, hier drin ist wieder das ganze Essen und alles, gell? Achso, willst du direkt mal mitnehmen? Ja Auf Kosten der Flugzeuggesellschaft, die uns hier seit Wochen hier im Stich lässt Ja Hätte ich gesagt, können wir das schon mal Weiß mal, bevor es schlecht wird, ne? Na gut, mir kann ich eh nicht mitnehmen hier Das fällt ja alles aus meinen Taschen Ich bin so gut genähert, das fällt alles raus Hm Gut Schönes Ding Dann Wärte eh schon wieder dunkel Da stehst du hier auf Drehstück? Oh lol, das ist Lilla, wir sind hier runter Oh ja Ich hab' aufdacht gerade Was denn? Hier geht's starte runter Oh, hier sind Kollegen, die warten schon auf uns hier Okay Lass mal lieber hier oben lang gehen Eieieieieiei Erst mal hier reinkommen, da ist es doch Wir wollten doch eh hier die Treppe mal bauen Ja, ja, aber la... Sag mal, wieso schon wieder Nacht oder wat? Ja Dann lass die Nacht mal wieder springen, oder? Dann können wir die Treppe fertig stellen schnell Ja Lass bloß mal die Fallen alle runter Ja Ich bin grad schon hoch gegangen Alter ist alles voll mit denen So, dann springen wir einfach mal die Nacht schnell Ja Und da bist du wirklich? Ähm... Hast du? Ja Das ist okay Und es geht nicht Weil können die Ballen da sind, oder? Nein, wir haben zur Nacht hingesprungen Oh Gott, nein Das geht's natürlich nicht, ich kann nicht mehr drücken Naja Aber egal Habe ich noch... Oh ja, ich kann noch voll viele Schädel Schädel-Dumpen bauen, geil Meine Lieblingsbeschäftigung in the forest Hm... Das glaub ich dir aufs Wort Ich find's wohl geil, wenn das so... Bisschen, äh... hell ist alles Ich baue mir hier in die Ecke noch einer So Ah, wunderbar Jetzt sind's doch hier gemütlich Schau mal, schau mal bitte her Hä? War dieses Gewächs da vorher schon drin? Ja, ja, ja Nee, nicht, aber ich... Hab doch da Samen reingetan Woll, das kann man ernten, das Ding Ja, und jetzt kannst du wieder Samen reintun Aber du kannst nicht bestimmen, was für Samen da rein sollen Ah, schade So Eingeboren, ne? Wir brauchen hier vor der Tür auf jeden Fall noch so ne Dings, so ne Fackel Wenn wir schade was, was reingeht Okay Hallo, au! Was denn? Was ist für... Ist das denn nicht freundlich hier, der Junge? Ja Die renn hier einfach durch, wir müssen die Falle wegbauen, ey Die bringt... die bringt ja auch nichts hier, die Falle Komm mal, komm mal hin Loll Ich hab mich noch hochspauen wegen dir Ja, du hast dich weggeschoben Ich bin da so obendrauf gepackt Ich hab mich nicht, Baby Ja, wahrscheinlich, weil du das Ding hochgetan hast Ich hab nicht mal das Ding hochgetan So, erstmal messen Warte mal, wir müssen hier mal wieder anfangen zu reparieren, oder? Hm Ah, hier geht's eigentlich So, okay Essen Ich häng, ich häng Hilfe Hilfe Ich komme nicht mehr raus Alter, es kommen jetzt solche Letters, Mann Alter, ich... ich komme nicht mehr raus, Junge Jetzt... oh Gott Da kommst du schon raus Gut, wollen wir einpolzen ein bisschen, oder was? Ähm, Moment Das ist wohl nerviger, wenn wir bei jedem Update die Dinger wegholzen müssen, ne? Ja Das wird dann jetzt auch saugefährlich Weil, guck mal, wenn du jetzt, wenn jetzt der Baum jetzt, der zum Beispiel hier einfach noch da drin fällt, ist alles wieder im Arsch Ja, dann lass mich den mal fällen Okay Du hast, du hast nämlich den letzten gekillt Also der, der letzte fiel da rein Bin schon mal, bin schon mal gespannt jetzt Anders, guck mal zu hier Okay Man muss nur den, den Fellwinkel beachten Ja Und dann? Ja, das hat geklappt Siehst du das? Das hat geklappt, ne? So Bei mir ist alles, bei mir ist alles kaputt Oh, da vorne kommt ein Lampenmann Da, Lampenmann Komm rein Oh, da kommt noch einer Wenn du willst kannst du dir helfen Der Bushman Ach... ich glaube ich Wir müssen... Ich bin doch das, das Lager ist ein bisschen klein Wow, ich bin fast tot Lass mich rein! Stell dir jetzt schon die Tür, ey. Ich wollte dir helfen. Du Pedder. Hey, ganz ehrlich, mach das scheiß Ding da weg. Das ist nervvoll. Das reißen wir weg jetzt, den Scheiß. Warte mal. Das kriegst du mit dem Ding nicht kaputt. Da brauchst du die selbstgemachte Axt. Meinst du? Ja, so, glaub ich. Wow. Das ist zumindest weg. Es ist weg. Lass lieber vorne dran so eine Happy Birthday Trap bauen. Nee. Da kommen wir auch nicht mehr rein, so richtig. Nee, ich mein hier so. Hier so, nur so, hier so. Geh mal das Bild. Ich baue mal hinten die Treppe. So vielleicht. Und... Vielleicht noch eine? Genau, wir müssen dann einfach außenrum gehen. Oh, hier kann ich das nicht bauen, verdammt. Da gibt es doch diese Seilschlänge, die bringt doch bestimmt auch was. Ja, genau, die bauen wir da auch hin. Ja, genau. Stimmt, stimmt, stimmt. Bin ich hier im Wasser oder was? Nee. Warte, ich stelle dir mal... Hä, ich kann da nichts. Hier so hin? Ähm... Ja. Dann können wir hier so durchgehen, hier so. Das müsste eigentlich gehen. Wo ist denn der gefällte Baum? Ach, da liegen die Dinger. Ach, komm mal her, den nehm ich mit rein, den kann man aufs Lagerfeuer schmeißen gleich. Kriegen wir noch paar... paar Knochen. Es wird hell. Äh... Was? Es wird hell. Ah, perfekt. Perfekt, 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 perfekt. The Forest